Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das geht's! Zirkumstreffer! 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 Wirkungstreffer Wirkungstreffer Wir haben sie Die Logik ist ja verlaut Das muss wehtun Wir haben sie Den haben wir fertig gemacht Noch so eine und die sind fertig Noch so eine und die sind fertig Wirkungstreffer Der ist erledigt Suchen wir uns ein neues Ziel Der ging nicht durch Wirkungstreffer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder ein Abschluss für uns. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Entschuldung. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche.